So liebe Leute, ich bin das heute MC Muffix und ja, wir sind hier auf meinem YouTube-Profil, ähm, denn wir haben hier etwas, äh, ich sag jetzt mal historisches geschafft. Death Stranding ist nämlich beendet worden, das ist, denke ich mal, nicht so historisch, das ist ein ganz cooles Displayprojekt, wow, ging Ende doch ziemlich cool, hat mir eigentlich ganz gut am Ende hier gefallen. Und dieses Projekt ist nun abgeschlossen, wie bei jedem Projekt, werden wir es beendet und tun's auf die Liste. Die Liste der beendeten Projekte, ja, wer es immer noch nicht kennt, hier habe ich ja schon meine schöne Projektliste und da können wir jetzt im Endeffekt Death Stranding raustun. Zack! Oh, was habe ich jetzt gemacht? Sehr gut. Genau, das war natürlich das, was ich wollte. So, und, äh, wieso ich mich melde, weil, ihr seht ja, äh, wie ihr und je aktuelle Projekte, erfolgende Projekte, wann es startet, die Projekte, die ich sicher machen werde, Projekte, die ich vielleicht machen werde, zum Release geplante Projekte und abgeschlossene Projekte. Ja, das erste abgeschlossene Projekte, das passt jetzt zum Videogame. 100.000 Jahre ist das Gefühl schon her. Mace Effect haben wir gemacht, Transformers Games haben wir gemacht, ja, da waren ein, zwei ganz coole Spiele dabei. Kingdom zu Warmerlu, was 100.000 Jahre gedauert hat. Dann haben wir auf der PS3 angefangen in Famous zu machen, The Last of Us, wo haben wir richtig coole Spiele hier. Two Worlds 2 war ein sehr schönes Projekt. Ah, Spider-Man 3, oh mein Gott. Twitcher und dann hier meine Japano-Phase. Tails Ocelia, Tails Ocelia 10, sehr, sehr coole Zeit. Silia 2, Transformers 3 natürlich. Xeno, sehr, sehr viele coole Projekte. Und wir könnten dann noch 100.000 Jahre weitermachen, aber wir kommen eigentlich auf den Punkt, und zwar, ihr seht, die Tabelle ist voll. Die Tabelle ist voll. 200 Zeilen sind zu. Wenn man hier dann die erste Zeile abzieht, weil da steht ja hier abgeschlossene Projekte, heißt das, wir haben 199 Zeilen voll gemacht. Das heißt also, wir müssen was hinzufügen. Und 1.000 Zeilen ist ein bisschen viel, weil ich glaube, 1.000 Projekte werde ich in meinem Leben nimmer machen. Also, wer weiß. Also, ich meine, sind wir nur zwei Parts-Projekten, aber bei solchen Sachen wie Death Stranding mit 70 Parts oder was haben wir, Symphonie waren auch, ich glaube, so 60 Parts. Was haben wir hier noch, was ewig, ewig lang gedauert wird. Sparrow waren 70, 80, Dragon Girls waren über 100 Parts. Odyssey waren über 100 Parts. Da denke ich, werden wir das nimmer schaffen. Aber ich finde, 100 ist nochmal eine gute Zahl. Und ja, damit ist das 200. Projekt abgeschlossen. Wir tun das hinzufügen. Ich bin jetzt hier nicht gespannt, was passiert. Oh mein Gott, das sind 100 neue Zeilen. Das heißt, ich kann 100 neue Projekte machen. Google erlaubt es mir. Und da fügen wir jetzt einfach mal Death Stranding an. Und Death Stranding hat ja offiziell ein Award, das 200 abgeschlossenes Projekt gemacht. Ja, nicht jedes Projekt ist ewig lang gewesen. Es gab auch kurze Projekte. Shemboote, sowas waren ja immer nur 30 Parts. Jumpforce, sowas waren 20 Parts. Wir haben auch ein paar ganz kurze Projekte. Aber im Endeffekt, 200 abgeschlossene Projekte. Ich denke, eine ganz schön hohe Zahl. Und ja, mit dieser kleinen Info, würde ich mal sagen, verabschiede ich mich. Und wir machen einen kleinen Abstecher. Denn wir fangen gleich mit einem neuen Projekt an. Und so wie es sei gesagt, das wird es. Und das wird werden morgen starten. Nun gut, ich war es dann, euer Damschimafix. Und damit habt ihr einen kleinen Spoiler, was euch morgen so erwarten kann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und wir sehen. Ciao.